Also, heute spiele ich mit meinem Bruder etwas Call of Duty im Multiplayer-Modus. Wir spielen auf einer, ja sozusagen, von einem Customer-State-Map, die wir sehr häufig spielen, weil die anderen einfach zu groß sind für zwei Leute. Und ja, lasst euch überraschen. So, komm schon. Ah, jetzt bist du da. Uhu, ich bin plötzlich grün. Hä? Ja, meine Hand ist grün. Nein, warum? Weil du dumm bist. Deswegen. Wow! Schieß doch nicht auf mich. Hast du auch gerade auf mich geschlossen. Ja, ich hab dich zumindest getötet. Verdammt, wo bist du? Ey, wo hast du dich denn hinbewegt? Der ist ein Eier, du Bixxer! Ja, super. Ja, losch die! Nein! Scheiße! Dumm gelaufen, wenn man so laut rumballert. Du warst schon da! Oh, äh, falsche Taste. Du warst, der Binger zu spawnen auf der ganzen Welt. Passiert! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Wo war das? Ich hab dich aber vorhin gesehen. Ich hab dich aber vorhin gesehen. Ich hab dich aber vorhin gesehen. Wow, Junge! Ich stehe da die ganze Zeit. Dumm, dass man sich hier nicht messern kann. Ey! Passiert! Ja, Mann! So fickt man! Boah, verdammt! Aimboard an, Junge! Ich hab Aimboard, weißt du doch! Wie kann man nur in die Hocke gehen? Nein! Ey, Mann! Ich hab doch gedrückt, Omo! Ja, du hast nur dort neben mich geschossen. Oh, geil, Granate! Dankeschön, dass du die liegen gelassen hast. Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! schade k k k k ich weiß nicht dass man weiß wo der Gegner hinläuft was ist das denn? ja zielen Marvin zielen du weißt dass ich die ganze Zeit sehe ja guck dir das man dran billiger gehts ist kaum boah ey lass mir mal Kunst schießen ja da aber wieso sind manche leichten grün? bei mir ist gar nichts cool doch manchmal wirst du sogar grün angezeigt NEEIN scheiße ja ja ey man das ist doch kacke im wahrsten Sinne des Wortes scheiße mutterhalter ja 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 ach verdammt die st Böyle ich trage doch in die falschen Tasten Äh wo bist du? Oh, no. Oh, scheiße. Oh, alter! Was hattest du da in der Ecke? Ja, du hast gelaufen, ne? Ich wusste doch, dass du da unten bist. Ich war ganz oben, zufällig. Wie kann man sich nochmal ducken? C? Wow! Ohne Zielen, Mann! Ohne Zielen! Ohne Zielen!